Musik Herzlich Willkommen bei der Wahl zum Tor des Monats Januar Tor Nummer 1, André Gerrath zum 2 zu 6 gegen den EHC Timmendorfer Strand Tor Nummer 2, Anton Zimmer zum 2 zu 2 gegen die Harzer Falken Tor Nummer 3, Fabian Calovi zum 1 zu 0 gegen den EHC Timmendorfer Strand Für Gerrath, der auf Calovi und Calovi mit dem 1 zu 0 Tor Nummer 4, Josh Mitchell zum 5 zu 4 gegen den EHC Timmendorfer Strand Tor Nummer 5, Norman Martens zum 5 zu 3 gegen die Harzer Falken Diese und alle anderen Tore findet ihr in den Highlight Videos auf unserem YouTube-Kanal Crocodile Media